Musik Herzlich Willkommen beim 11. Dezember Ja, heute geht es wieder weiter mit einer Challenge und der ein oder andere sollte diese Challenge schon von mir kennen denn wir machen heute wieder mal die Cinnamon Challenge Also ich bin es ja schon gewöhnt Julius noch nicht, glaube ich, oder hast du die schon mal gemacht? Ne, es war auch nicht meine Idee Ja, also ich habe die Cinnamon Challenge natürlich schon mal gemacht und sogar schon ein zweites Mal auf irgendeiner Party da hatte ich echt gar keine Probleme mehr Also da ging es relativ gut Ist ja schön Wieder einen Esslöffel Ja, ähm, fang du mal an Ich bin die beiden bleibt ja Ja, ist schon klar Es geht doch wieder darum, wer es als erster eigentlich kriegt, oder? Ja, auf, wenn ich aus Oh je, oh Gott Ist so viel eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ich habe das ja noch nie gemacht Du bist der Ehe von uns, der schon zweimal gemacht hat Ja, ne, blöd ist schon Ja, so, was war es, Esslöffel? Nein, 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 wir hätten vorher keine Schokolade essen sollen Aber vielleicht ist es auch gut, dass wir das getan haben So Irgendwie hast du mehr Hab ich das? Hast du? Ach Gott Ja, so ist gut Ja, dann würde ich sagen Wenn du spucken musst Da ist der Eimer Sonst musst du putzen Auf drei Top Die Wette gilt Erst, zwei, drei Dinn 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 Hm? Hm. Hm? Mh, mh. Pettig. Darf ich jetzt was trinken? Mh. Mh, mh. Ah, boah. Lamm, 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 lamm. Ach, meinst, den Sie aber eigentlich einfliegen? Machst du dir die Hand vor? Ach, das ist ja noch Korn so einfach. Lamm, 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 lamm. Ähm, also irgendwie musste ich mir das jetzt nicht nochmal antun. Mh. 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 Mh, mh. 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 Das ist so hegelig Leute, macht das nicht. Ich glaube, das ist auch total giftig. Ja, ich weiß, so viel wie ihr schon gegessen habt davon. Also, das war also der 11. Dezember. Wir sehen uns morgen am 12. mit... Tja, was kommt denn morgen? Sollen wir es schon verraten? Nein. Nein, natürlich nicht. Das ist auf jeden Fall kein Essen. Richtig. Ich weiß nicht, ich mag die Kamera gar nicht. Ich mag die auch, weil das ist nämlich meine. Ich weiß nicht, wie die Auflösung bei der Kamera ist. Das ist ja auch egal jetzt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Ich hätte gedacht, ich kriege das gar nicht hin. Nein, du hast zwei. Nein, du auch. Oh, scheiße. Stimmt. Oh. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.